Hier ist was los, heute sag ich euch. Nein, dort oben ist die Polizei. Guck euch das mal an, was dort los ist. Na ja, ist ja die gefährlichste Ecke von Dresden. Aber ich werde jetzt das Audio wegfahren. Die werden starten. Geht uns das selbe. Also, können wir losfahren. Die werden starten. Die werden starten. Dresden. Daher.